Ich hätte doch noch eine Nova und ich muss ehrlich sagen, man bekommt ja dann auch schon Ja, gerade in der Season bist du doch immer schon grundmäßig schon total gut aufgestellt eigentlich zum Grinden von total vielen Spots 18k mit Blau Ich habe letztens gar nicht darauf geachtet, was ich mit der Dracania da gemacht habe, ne? Na gut, ich hatte auch, naja, ich hatte keine Luzco an, ohne Luzco Dark Griner Das Schirien meinst du? Wobei, Tuvala war doch besser als noch Schirien, oder? Wobei, Tuvala war doch besser als Schirien Und dann? Wobei, Tuvala war doch besser als Schirien Ich habe jetzt noch einen Schirien Wobei, 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 wobei Wobei, wobei, wobei Wobei, wobei Das ist noch immer Also wobei 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 Wo 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 Wie ich einfach immer zwischen den Zeilen von euch lesen muss, ne, und es trotzdem verstehe. Ja, Torsten, aber du wusstest doch, dass wir 18 Uhr und Dings gehen. Nee, nee, nee. Jetzt hast du es mal eine halbe Stunde später gemacht. Wenn ich den Zeilen lesen kann, dann sehen wir den Rest, überliest sie. Das ist offensichtlich, wie überlese ich mir das? Glaube ich. Das war spontan. Die brauchen einen... Das ist mir egal. Dann sag spontan, nein, ich komme eine halbe Stunde später. Hallo? Sag einfach, du musst länger arbeiten oder so. Wird schon keiner mitkriegen. Sag doch schon im Disco bei dir. So habe ich dich nicht erzogen. Wird schwierig. Dann sag, äh, ich muss weg meine beste Freundin weinen. Genau, ich muss auch mal losarbeiten. Ich habe mal deine Rufe. Zigaretten holen. Genau, Torsten, du bist jetzt Raucher. Du musst an Zigaretten holen gehen, eine halbe Stunde. Hallo, mein Dario. Wenn einer Polis noch der Alpha Spot fragen. Ich glaube, ich habe doch nie jemanden gehabt, der bei Polis noch der Alpha Spot gefragt hat. Milches alle müssen neu holen. Genau. Du brauchst die Milch ganz dringend, äh, sonst kannst du keinen Olu grinden. Also, bei Polis habe ich noch nie jemanden mit Alpha Spot gehabt, ne? Eigentlich nur Leute, entweder die dich umrennen oder die, die in die Rota reinspringen. In manchen Spots ist halt mit der Alpha Spot auch echt schwierig, ne? Deswegen einfach, ja, Arscher gehen, genau, wollte ich gerade sagen. Auch bei Kacktum und so, ich bin da einfach Arscher gegangen, weil es macht keinen Sinn. Bei so einen Spots gehe ich dann auch Arscher auf Stream. Mach ich das auf Stream, hab ich ja Schlieri direkt da stehen, das ist ja blöd. Ähm, das glaube ich nicht, ne Mann. Schwierig, die Geschichte zu verkaufen. Ziemlich schwierig. Ich will dich ja nicht kränken, ne? Aber keiner hat Angst vor, ja. Forever ever? Sorry. Ich will so gelabelt werden. Ich liebe ihn, bitte. Ich war das nicht. Ich würde jetzt gerne ein Wort sagen, was leider verboten ist auf Twitch, aber gar nicht so schlimm ist. Ne, ne, der meint das schon, dass ich schlieri. Ich kann dir das gerne noch mal als Clip schicken, wenn du möchtest. Du kannst ja immer nicht retten. Du kannst ja immer nicht retten. Für manche Sache muss man einfach bestraft werden, da kannst du nicht gerettet werden. Hast du eine große Fresse, musst du damit rechnen, dass du eine draufkriegst. So wohl läuft's im Leben. Ich denke mal, da hinten steht jemand mehr, weil das ist nur der dusselige Kackturm. Ich liebe dich, wenn der Boden liegst im Game. Ich glaube, das wäre ein Minusprozent im Morgen. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Nö, nur im Game. Voll gut, ey, dass ich auch mit zweistellig bin, ne? Ich weiß genau, dass es wird wieder der Punkt kommen, da sind da, was weiß ich nicht, 30% oder sowas. Und ich bin angefixt, dass ich anfange zu leavenen. Das ist wie so eine Sucht, ne? Ab einem gewissen Prozent sei da oben. Ganz, ganz schlimm. Nur ist 67 nicht so easy wie 66. Ich stand sogar mit ihren Jungs von meiner Haustür und hat gegen meine Tür geschossen. Was hab ich? Mit meinen Jungs? Ich kann mit der Mädels-Click. Hä? Mit Teddy-Click-Lebrass-Worten. Was du redest, Stimme-Michel. Ich weiß nicht. Es muss Liebe sein, Lenni. Die pure Liebe. Oh ja, ein Semper-Triduwelle geschossen. Warte, ich muss ihn triggern. Ich will da nicht arm machen und erst geht da wie in das Reißschut. Ich will doch gar nicht talk-singen. Wer mit Schläge? Das war früher, wo sie im Schrampler den anderen Kindern auf den Schnupf die Lollis abgenommen hat. Und meinte, willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir die Schäden ein. Dann hat die Luca mit dem Sandschäppchen zugraut. Hab ich das gemacht? Ah ja. Ich teile jetzt Lucha. Ich hab Lucha da. Chippa-Chups mit Kaugummi drin. Ich teile gerne. Die Tüte ist noch zu. Oh. Oh. I? Wie I? Warum ist das I? Was macht ein I? Lucha mit Kaugummi drin. Böscher. Das war vor einer Zeit. Der kennt das nicht. Ich weiß, dass du was sagen könntest. Und ich warte nur darauf, dass es irgendjemand tut. Aber nein, sowas nicht gemeint. Ich meinte tatsächlich Chippa-Chups. Wurde ja auch dann in der Zeitung aufgenommen, als die LLLM-Gruppierung. Was? Sagst du was nicht? Schwierig, ich hab Angst, wenn sie wieder vor der Haustür stehen. Hä? Lady Lucha Lolli Mafia. Ah ja. 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 Bec tu macht die Lollis aus, Jan. Okay, Lemon. Dann wieder zurück zum Anfang. Ich schreibe jetzt jedes Mal, wenn du mir was schreibst, schreibe ich dir einfach, nein, du hast Angst. Nur noch das, ich schreibe nichts anderes mehr. Das ist der XXL, Lolli. Habe? Okay. Beruhigen wir uns und hauen alle auf ein Bärsee drauf. Was haltet ihr davon? Ich unterstütze mal Semper hier so ein bisschen. Ich gebe ihm mal ein bisschen Pender drüber. Guck mal, ich komme das hier an. Die Momo so tut, weißt du? Ich kann ja nicht in meine Fliege erschlagen. Ich bin doch voll harmlos. Das habe ich doch in zahlreichen Let's Plays bewiesen und wie auch lustig bin. Gut, ich gebe mich jetzt buffen, damit wir uns taunen können, ja? Gentleman. Deswegen wurde ich ja zu Testzwecken umgenutzt. Ja, das war alles Stream-Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, um zu beweisen, dass ich dich erschließen kann. Ich weiß nicht, was du hast. Ich bin Omega harmlos. Hallo? Hä? Ich habe drei Blacks bekommen. Ich renne immer noch mit dem Kran-Shot hier rum, ne? Den wir gemacht haben. Drei Blacks. Zwei Reds. Wenn sie euch nicht mit einem Stock jagt und eure... Das war bei... Medieval... Medieval, ne? War das gewesen? Da bin ich die ganze Zeit mit dem Stock rumgelaufen. Beim Speer. Und dann hat mich immer ausgelacht. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz am... Ah. Guck mal, da noch mal. Guck mal. Ich geh ganz kurz Pipi machen nochmal und dann gehen wir uns gleich hauen. Okur? Wie warst du das live auf Discord? Schleichwerbung? Wer macht Schleichwerbung? Soll ich grad mein Level an Helm anziehen? Ich geh mal in die sechsten. Ich weiß nicht was die meinen, ich streame nur auf Discord. Ist das so? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Alles gut. Viel Spaß auf Arbeitsschläge. Nein, ich möchte nicht. Oha, wen hab ich denn hier dabei? Kann da wieder jemand BDO spielen? Ja, ich bin doch lieb. Hier muss ich töten. Ich habe keine andere Wahl. Achso, das war so richtig. Für unsozial? Gar nicht. Aber wer weiß was ich da für Leute drunter habe? Was für Beleidigungen da kommen? Klar, dass ich Lenny in meinem Gegner... Warum habe ich eigentlich Lenny im Gegnerteam? Kannst du mir das mal erklären? Schaff ich nicht. Na, vielleicht doch? Puh. Ich bin angeschleimt. Ach, ich bin auch so los. Ne, keine Chance, kein Auto. Nachher habe ich da irgendjemanden drunter, der da sonst was für Beleidigungen spammt und das im Stream zu haben ist, sehr gefährlich. Wenn du mich fragst... Und Lin, du bist nun leidig auf mein Schwarzgehen. Du willst auch mal draus trinken. Ich weiß es genau. Hey, hey. Hallo. Nein Lenny, vergiss es. Nein. Er darf nicht aufstehen. Nein. Oh mein Gott, wo ist mein Team? Hallo? Hallo, hallo. Was ich drauf habe? Ich habe gar nichts drauf. Ich kann gar nichts. Natürlich. Ich kann meine Klasse nicht. Ich habe kein Gear. Und ja, ich kann gar nichts. Ich spiele seit gestern ein Video. Hallo Team. Ja. Ich kann wirklich gar nichts. Ich kann wirklich gar nichts. Nein, ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Nein. Ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Und hier habe ich eine witch oder so bei mir? Haltet euch fern von Lennart, mit dem solltet ihr euch eigentlich anlegen, das frustriert nur. Double kill. Ja, irgendjemand hat meine, nimmt immer meine lastkits. Fuck, ich habe kein Leben. Das ist ungünstig, so kann ich da nicht reinrennen. Nur, weil mich nicht killt, bin ich happy. Ich kann dich gar nicht killen. Also um dich zu killen, bräuchte ich ein paar Minuten und bis dahin ist dein Team da und dann bin ich Matsch. Also, von daher, lass ich dich einfach aus und vor. Ich stun dich einfach nur und dann ist gut. Da kommen die anderen dran. Fuck. Hier sind ja auch noch welche. Meine Güte, wir sind so schlecht aufgestellt. Äh, nein, nein. Nein, nein. Sweet Sub ist Lenni. Die cutesteste Schein im ganzen RBF. Das ist meine Hand, der ist so schein. Nur leider im Gegenteil. Problematischerweise. Sag mal, ey, ich komme nicht mehr vorne an, ja? Du stresser. Das hat der Name gel- Echt? Wie hat der Name geklaut? Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Okay, der ist da hinten. Das ist natürlich auch geil. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, lull. Ich kann von hier oben meinen Rabarm. Okay. Aber die können mich trotzdem hitten durchs Zug. Ich kann nicht runtergehen. Fuck. Ich kann nicht runtergehen. Oh, kann bitte mein Stun mal funktionieren? Nein, es funktioniert ja nicht. Ich habe die gar nicht hingelassen. Mein Stun hat nicht geklappt. Schön. Danke. Naja. Da sind die Runden so, dann sind sie so. Mach schon nix. Deter auf der Seite. Und jetzt verrückst du dir. Be sociais. Du b akhirst. B Na am 힘. Aber coi. Was an Tami. Ey, schon wieder haben die meine Last Hits. Das gibt es ja gar nicht. Könnt ihr mal aufhören, meine Last Hits zu klauen? Sieht aus wie der letzte Noob hier. Einmal bei mir habe ich mehr Kills. Schauen wir mal. Eigentlich gehe ich nicht unter 10, 15 Kills raus. Lass es noch runter. Aber gerade ist es irgendwie ein bisschen, äh, feels bad. Irgendjemand snackt die ganze Zeit meine Last Hits. Das ist, äh, nicht nett. Jetzt noch aufhören zu schubsen, ja? Ach, komm schon. Ich habe dich doch erwischt. Wo ist denn? Nein, ich habe dich doch erwischt. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie wir das sagen. Das kann. Ich hasse alles. Ach ja, hättest du mich nicht, ich bin voll mit Schocki. So, was war das? Oder Schocki? Sagt man Schocki oder Schocki? Oh, der sieht ja mal so eingefärbt aus hier. Der Finish. Jukot? Musik Jukot? Arrrrrr, ich hasse mein G. Was denn? Panu Kekschen. Panu. Ida hatte 1% Leben, wo ist der hin? Gut, gut, und ihr? Oh, ich hasse alles. Was steht Leonard im Gang? Sorry, ich muss mich gerade konzentrieren. Schauen, hab dich. Hä? Warum bin ich gefragt, ob ich einen Krieg will? Warum soll ich einen Krieg haben wollen? Für was? Hä? Ah, da oben ist der. Ähm. P4D. Das hier ist Rebellyfield. Gibt's das schon vor langem? Ach, wie komm ich denn da jetzt rüber? Das hab ich denn, das Text ist schon glaub ich nicht, ne? Also, RBF gibt's das schon lange, das ist ja Rebellyfield. Das gab's eigentlich die ganze Zeit nur Burgruinen, dann kam irgendwann Gamos dazu. Gamos später bekommt einer. Eieieieie, shit. Und, äh, ja. Das ist eigentlich ganz schilig hier. CPU ist halt angekommen. Aaau. Wow, cool. Zwei Tongrad-Ringe und mein Tongrad-Bild ist fertig. Witz du auf 200 Schwarzgeist gehen, oder was? Easy Runde gewonnen. Hab doch noch sechs Kills geschafft, dafür, dass es am Anfang so scheiße lief. Du eroberst die Stadt nicht. Also eigentlich geht's um Punkte und um Besetzungen der Punkte, die du hier siehst. Also siehst du hier 1 bis 5 und umso mehr Punkte du hast, desto mehr Punkte kriegst du dann halt auch für den Kill. Hallo? Kannst du mal aus mir rausgehen? Nicht jeder darf in mich rein. Hallo? Also hier ist es jetzt Rot gegen Blau zum Beispiel. Arriba! Steht er da einfach voll in mir drinnen? Äh, du! Lieg doch an dir! Was? Ich geh wieder aufs Akzeichen BVP. Dann gehen wir direkt in die... Oh, sieben. Na dann, noch mal Lack. Gucken wir mal, ob ich mitkommen kann. Wieso sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Wegen mir? Ja, Lemon hat er mir drüngesteckt im RBF mit seinem komischen Bärnsingen. Ich bin die Unschuld vom Land. Ich bin verwirrt. Ich hab keine Ahnung, was er will. So, ich bin Team Blau. Was, bist du hier im Rot, oder was? Oh, du bist schon wieder im Gegner-Team. Autsch. Oh, die krieg ich nicht weg. Wie ist der Film da gleich? Äh... Das war doch bei... Oh, warte mal. Oh, wie ist denn der Film? Ich weiß den Namen, aber ich... Ich komm nicht drauf gerade. Warum bin ich allein hier vorne? Ich bin noch... Die dass die... Die Tanki die, die keine vorne schicken müssen. Was soll denn das? Ja.